Hallo, Kondai! Herzlich Willkommen in der Kita am Hafen. Wir sind eine kombinierte Einrichtung mit einer Kapazität für vier Krippengruppen und fünf Kindergartengruppen und liegen zwischen dem Offenbacher Nordend und dem Hafen. Damit haben wir Rhein-Baulich als Bindeglied zwischen einem neuen und einem alten Stadtteil einen inklusiven Auftrag, der sich als großer Schwerpunkt auch in unserer pädagogischen Arbeit wiederfindet. Der inklusive Gedanke beinhaltet, dass wir den Kindern in der Kita viele Möglichkeiten zur Partizipation bieten. Partizipation beginnt für uns bereits bei den Allerjüngsten in der Kita, indem wir ganz gezielt die Selbstständigkeitsentwicklung fördern und die Kinder sich so in ihrer Selbstwirksamkeit spüren können. Das gelingt zum einen mit einer baulichen und materiellen Ausstattung, die es Kindern ermöglicht, viel autonom zu tun und zum anderen mit der Art, wie wir mit Kindern in den Dialog treten und unsere pädagogischen Konzepte in der Tagesstruktur. Unsere Flure werden am allerliegsten bespielt. Die Kinder mögen die Offenheit, der Flure ist nichts vorgegeben. Sie müssen also selber kreativ Spielideen entwickeln und dabei ganz viele Absprachen miteinander treffen. Und das sind Eigenschaften, die brauchen sie auch später gut für die Schule und auch als Erwachsene. In unserem teiloffenen Konzept im Kindergarten können sich die Kinder in verschiedene Funktionsbereiche einwählen und so spielerisch, je nach Schwerpunkt, ihre Kompetenzen fördern. Die Architektur der Kita verbindet alle Gruppenräume miteinander und die großen Fensterfronten, die man von außen sieht, finden sich auch innen wieder. Das unterstützt uns darin, Kinder offen für ihre Umwelt zu machen. Wir möchten, dass die Kinder sich wahrgenommen fühlen, aber auch, dass sie sich als Teil einer Gemeinschaft erleben und die Bedürfnisse anderer wie ihre eigenen wahrnehmen lernen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!